So, da bin ich nun auch wieder. Und es geht ganz fröhlich weiter. Haben wir jetzt hier alles erledigt? Ach ne, wir müssen hier noch einen Computer machen. Völlig vergessen. So, weiter geht's. Wow, falsch, falsch, falsch. Wauw, das ist zu viel. Ey, komm. Oh, Mann. Das war zu viel. Ich muss mich langsam aufladen. Noch ein bisschen. Okay, das hätten wir schon mal. Na herrlich, ich bin jetzt ganz alleine da. Wie ist der da reingeglitscht? Ja, ähm. Kommt. Steht auf. Meine Fresse. Wie ist denn der da reingeglitscht? Das sah ja seltsam aus. Na gut. Gehen wir mal weiter. Hm. Toll. Ist wie damals. Und wir müssen noch Hoku finden. Ob wir das noch in dieser Folge machen? Ja. Sicherheitsdrohnen werden aktiviert. Hm. Was für Sicherheitsdrohnen. Ach komm. Ähm. Etwas weiter weg. Das wärs, äh, fürs Erste. Und... Ach verdammt. Sicherheitsdrohnen. Das wärs. Hm. Das waren aber nicht sehr viele Sicherheitsdrohnen. So. Der noch. Da auch noch. Ah ja. Stimmt. Und nächste. Ach. Überhetzt schon wieder. Yes. Geschafft. Okay. Hm. Okay. Verbesserten Warp. Gesundheit. Nehmen wir. Also das hätten wir schon mal jetzt erledigt. Hm. So. Ab geht's nach Hause. Na ja. Eigentlich viel mehr zurück zu Normandy. Normandy. Haha. Ach ja. Schöner Tag heute, ne? Ein paar Aufträge erledigt. Hier und da etwas erledigt. Ach nee. Wir müssen ja noch einige andere Sachen machen. Was mit der Normandy nichts zu tun hat. Und zwar hier auf Luna. Und zwar hier auf Luna. Wo haben wir geparkt? Da. Da habe ich noch nicht was gesehen. Da können wir mal hin. Ein Haufen Gesteinsbrocken. Mhm. Wir sind auf Luna. Was eigentlich viel mehr Mond heißt. Ey. Ich will nicht. Jetzt will ich aber aussteigen, du. Hier rumzustehen bringt gar nichts. Gut. Alles nehmen. Dann reisen wir mal wieder zurück. Ja. Okay. Auf geht's zurück. Sehr gut. Dann wollen wir mal. Wir wollten ja noch woanders hin. Hm. Herauszoomen. Ja. Dann verlassen wir mal ins Soul System. Oh. Warte. Das ist Pluto. 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 Aber wie es aussieht jetzt noch ein Planet. Ah. Vergiss es. So. Wohin. Das haben wir schon hinter uns. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Mal sehen? Hm. Stimmt, wir wollten ja was gucken, wo wir hinwollen. Ah ja, Squad-Mitglied. Da habe ich noch 3. Aber wir wollten halt Codex. Alles markiert. Tagebuch. Ferroschen. Wettvolle Mineralien. Asari-Schriften. Toriana-Insignien. Werden wir wahrscheinlich nicht alles finden, aber ist auch egal. Cerberus, da war es. Wo sind sie? System. Voyager Cluster. System des Voyager Clusters. Okay, dann müssen wir nochmal wieder zurück und wieder reisen. Und zwar in Richtung Voyager Cluster. War das überhaupt hier richtig? Nein. 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 Ah, das Gamma-Voyager Cluster ist hier. Dahin. Wo hat er gesagt? Wo ist er? Hier? Ne, kann nicht sein. Hier. Müsste sogar. Gut. Hm. Nehmen wir mal an. Und landen wir mal. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ähm. Forschungseinrichtung. Forschungseinrichtung. Anomalie entdeckt. Trümmern. Hm. Das ist etwas naheliegend. Dann können wir auch mal die Anomalie gucken. Moment. Speichern wir erstmal nicht, dass wieder sowas passiert wie vorhin. Oh, warte. Da ist was. Das können wir mal gleich einsacken. Na? Wo ist denn das? Da ist es ja. Ein bisschen Geld schüffeln ist auch gut. Gut. So. Was haben wir? Mineralien suche. Hä? Und Mineralien. Ja. Mineralien gefunden. Dadurch haben wir ein bisschen Geld bekommen. Das ist immer gut. So können wir auch ein bisschen Geld sammeln. Oh, was ist das für ein schöner Planet? Schick, schick. Ah, ich seh's schon. Da drüben ist es. Näher unserer Land... Wow. Näher unserer Landebahn. Und wir haben auch genug Universal-Gel. Sehr schön. Ich muss was trinken. Ja. Nichts geht's über Ziegen. Also nichts gegen Ziegenmilch. Ich mag Ziegenmilch. Ist gesund. Schmeckt anders. Aber es ist teuer. Tja, da ist jetzt auch die Anomalie. So. Ja, ich glaub, ich werd mal auch gleich ne Pause machen. Wenn ich das hier durch... ähm... also... diesen einen Stützpunkt durchhabe. So. Ein Protean-Tunnel? Was ist das? Steigen wir mal aus und gucken uns das mal genauer an. Was das genau ist. Klimmern wir mal. So. Dann mal Artefakt bergen. Und proteanische Datendisc gefunden. Gut. Hätten wir schon mal. Das ist das, was wir schon mal so machen wollten. Okay. So. Ich werd jetzt erstmal hier doch ne Aufnahmepause machen. Das heißt, speichern. Nochmal. Können wir das hier überschreiben? Ja. Wir überschreiben jetzt mal. Wow. Das war ein Rauschen. Und... wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir spielen hier weiterhin Mass Effect, den ersten Teil und ich muss sagen, das ist eins meiner Lieblingsteile. Bis dann. Wir sehen uns das immer wieder. Wir sehen uns da.